Die Anglikan Church of Papua New Guinea ist eine Mitgliedskirche der anglikanischen Gemeinschaft und beschränkt sich auf die östliche Hälfte der Insel Neugenia. Sie zählt hier 166.046 Gläubige, was einen Anteil von 3,2 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Die Kirche, an deren Spitze als Primas der Erzbischof von Papua New Guinea steht, gliedert sich in fünf Diözesen und zählte Anfang 2000 2118 Gemeinden mit 173 Priestern. Die Anglikan Church of Papua New Guinea kennt keine Frauenordination. Primates 1977-1983 David Hunt 1983-1989 George Ambo 1989-1996 Bevan Meredith 1996-2009 James Simon Ayong 2010-2013 Josef Kopapa 2013 Clyde Siegara Siehe auch Evangelisch-Lutherische Kirche von Papua New Guinea Guten Jus-Lutherische Kirche